Hallo liebe Golferinnen, hallo liebe Golfer. Heute möchte ich euch gerne wieder einen Golftipp hier von der Golf Bulliaco Academy in Italien am Gardasee vorstellen. Und bei diesem Golftipp geht es einmal um die Kontrolle der Ballposition. Also was kann ich tun, um sicher zu sein, dass der Ball auch zentral vor mir liegt. Oder wenn vielleicht gewünscht zu überprüfen, dass der Ball eine Ballbreite oder zwei Ballbreiten rechts von der Mitte liegt, links von der Mitte liegt. Also hierzu eine Methode, die überall schnell anzuwenden ist, auf dem Platz, auf der Range. Und dann möchte ich euch kurz sagen, inwiefern die Balllage den Ballflug, unsere Bewegung beeinflusst. Das erste ist also die Methode zum Überprüfen. Ich darf das mal so frontal vormachen. Hierzu nehme ich meine Ansprechposition ein. Nachdem ich die Ansprechposition eingenommen habe, strecke ich die Arme senkrecht nach unten aus. Winkel die Handgelenke ab, bis der Schläger in einer Horizontalen steht. Und richte jetzt den Blick von oben auf den Schaft. Vielleicht schließe ich dazu dann ein Auge und sehe, der Ball liegt eine Ballbreite links von der Mitte. Wenn ich das korrigieren mag und den Ball in der Mitte haben möchte, mache ich kleine Schritte nach links. Oder ich spiele ihn. Ich habe die Sicherheit, er ist links. Jetzt dazu, inwiefern der Ball die Balllage unser Spiel beeinflusst. Einmal ist mir wichtig, dass wenn ich den Ball mehr nach hinten im Stand lege, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich erst den Ball treffe und danach den Boden schon mal größer, weil der Schläger sich noch in der Abwärtsbewegung befindet, als wenn ich den Ball nach vorne im Stand lege. Speziell dann, wenn der Ball auf dem Boden liegt und im Grunde, weil der Ball so klein ist. Das mache ich mir mal bewusst. Also die Trefferquote, die sauberen Treffer, gerade im Winter, können häufiger kommen, wenn ich vielleicht den Ball mehr nach hinten lege. Das zweite ist dann die Richtung und da beachte ich, dass wenn ich den Ball nach hinten im Stand lege, da werdet ihr schon beim Ansprechen des Balles merken, dass die Schlagfläche eher offen ist. Der Ball startet weiter rechts. Ich weiche ein Hindernis, was auf der linken Seite liegt, direkt aus und umgekehrt. Das letzte ist dann die Bahn, in der der Schläger schwingt. Möchte ich die verändern? Zum Beispiel, indem ich den Ball nach rechts lege, verändere ich diese, weil ich, um den Ball auf der rechten Seite gut zu treffen, den Schläger mehr vom Körper, weg vom Körper schwingen. Nicht muss, aber müsste. Lege ich den Ball mehr zum linken Fuß, genau das Gegenteil. Ich kann den Schläger erstmal weg vom Körper schwingen und dann wieder an den Körper ziehen. Bestimmt wird euch dieser Tipp behilflich sein in eurem weiteren Golfspiel, in dem Verlauf eurer golferischen Entwicklung. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir unterhalb des Videos in die Kommentare schreibt oder mich direkt über meine Website foreverinthegame.de kontaktiert. Ich wünsche euch viel Freude und Erfolg. Bis zum nächsten Golftipp. Forever in the Game. Hello to all you golfers and those who want to become golfers. Today, here from the Golf Bull Jaco Academy in Italy, Lake Garda, I would like to explain you a new golf tip. In this golf tip, I will let you know how I control ball position, so that I can be sure the ball is centered or perhaps two balls more on the left side, one ball more on the right side. So a quick method how to control ball position and be sure that the ball will react in the way I want that it will react. And then after that I will explain you how ball position influences our ball flight and our movement. So let me tell you first or show you first the method to control ball position. So after taking address, I will straighten my arms vertically in direction of the ground and cock my wrists until the club is horizontal. And then I'm looking down on the shaft and I'm seeing that the ball is two balls on the right side. So if I want to play the ball in the middle of my stance, I have to make little steps to the right and I will see the ball exactly under the shaft. Okay, ready to swing. Ball position influences a lot where the ball will go. For me there are three things which are very important. So first is if I put the ball more on the back, I can be more sure that the club will hit the ball first and then the ground. Yeah, if I put it more to the front, there is the risk hitting the ground before, especially because the ball is so small. And that's one thing which is very important for me, especially in the winter months when the ball is not in really good positions on the fairway. So second thing, direction. Putting the ball more to the right, I can avoid easily an obstacle on the left. Because putting the ball more to the right, club face, will be more open and opposite on the left if I have an obstacle on the right side. The last thing would be for me, which is very important for me regarding ball position. Putting the ball more to the right foot, I can get a swing plane more from in to out. Putting the ball more to the left side, the opposite. So if I practice that because I have problems with with my swing part, because I'm coming too much from the outside, I would start with with slow movements hitting the ball from the right foot. And then I would increase the speed. So, perhaps you have questions. It would be a pleasure to see your questions under the video in the comments. Or if you like, you can contact me on my website foreverinthegame.com Have fun, play well, forever in the game. Buongiorno cari golfisti. Oggi qui dalla Golf Bugliaco Academy vorrei farvi vedere un nuovo consiglio di golf. E questo consiglio si tratta del controllo, come controllo la posizione della palla. Come posso essere certo che la pallina è centrata? O due palline sinistra, una pallina destra. Come lo posso controllare in una maniera molto veloce in campo e in campo pratica. Dopo questo vorrei spiegarvi che influenza ha la posizione della palla sul volo della palla e sul nostro movimento. Allora, come controllo la posizione della palla? Una volta posizionato il mio corpo e il bastone, prima di fare il movimento, estendo le braccia verso il terreno, piego i polsi finché il bastone è in una posizione orizzontale. E da qui metto lo sguardo sullo shaft del bastone, forse chiudendo un occhio, lo vedo meglio, e vedo la pallina in questo caso è una pallina sinistra dello shaft. Se mi va bene gioco così, se voglio giocare la centrata o più centrale, faccio piccoli passi a sinistra e sono pronto per fare il movimento. Cosa influenza la posizione della palla nel volo e nel movimento? Per me ci sono tre cose importanti. La prima cosa è mettendo la pallina più indietro nello stance, in particolare nell'inverno, quando i fairway non sono perfetti, la pallina è un pochino più profonda. La possibilità di prendere prima la pallina e dopo il terreno è maggiore, in confronto a mettere la pallina a sinistra, dove il rischio di prendere il terreno prima è molto alto, in particolare perché la pallina è così piccola. La seconda cosa è mettendo la pallina più a destra, la lama sarà tendenzialmente più aperta, la pallina parte più a destra, così evito un ostacolo facilmente sul lato sinistro, il contrario mettendo la pallina a sinistra. L'ultima cosa, mettendo la pallina a destra, mi aiuta a cambiare il piano dello swing. Magari uno o l'altro di voi vuole migliorare il suo swing nell'inverno perché viene troppo dall'esterno, allora mettendo la pallina a destra è quasi obbligato di venire più dall'interno. Vi consiglio di iniziare con pochissima forza mettendo la pallina a destra e poi di aumentare la forza e la velocità. Sono sicuro che questo consiglio vi aiuterà, se avete delle domande scrivetemi sotto il video nei commenti o contattatemi sulla mia website foreverinthegame.it Vi auguro buon divertimento, un buon gioco, a presto, forever in the game!